Was ist der beste Köder für Schleie? Wo fängt man die Schleie? Mit welchen Ködern? Wie sieht das Set aus? Das zeige ich dir in diesem Video. Und da zuppelt es auch schon wieder und ich hoffe es ist eine Schleie. Wäre natürlich jetzt ganz praktisch. Und es ist keine Schleie. Es ist ein oller kleiner Schubi, aber auch das passiert gerne mal beim Schleienangeln. Denn die Köder für Schuppenkarpfen und Schleie sind vielleicht gar nicht so weit auseinander. Ich stehe hier mal wieder an einem recht bekannten Spot auch für Schleie. Nicht nur für Aal, immer gerne hier in dem Geschlons, sondern eben auch für Schleie. Und das macht es natürlich auch so praktisch. Man könnte den ganzen Dach über hier rumstehen. einfach Schleienangeln machen und nachts wechselt man vielleicht noch den einen oder anderen Köder aus und probiert dann sein Glück auf Aal. Aber Schwerpunkt hier ist halt heute die Schleie. Denn auch damit, man will ja auch den ganzen Tag über gut Kohle machen und nicht nur sein Glück versuchen in der Nacht, ob da mal so ein Fischchen reingeht. Das alleine bringt halt weder Skill noch wirklich Fortschritt, noch macht es Spaß, wenn man in der Nacht nur einen Fisch fängt. Auch wenn es dann mal ein dicker fetter Aal ist. Die ganze Zeit wollen wir doch lieber ein nach dem anderen hier rausziehen. Macht doch viel mehr Bock. So, gucken wir mal eben, was wir hier haben. Wieder Schuppenkarpfen. Das klingt aber jetzt schon fast gefährlich hier. Kontinuierlich. Zweite Mal jetzt hier auf dem Mais die Schubis. Zwei Schleien hatte ich schon dran. Honigteig und Maiskorn. Also, Maiskorn hat bisher geliefert zweimal, hoppala, zweimal Schubi, einmal Schleie. Was haben wir hier? Hier haben wir den nächsten Klassiker dran. Er liefert erstmal ein Rotauge. Also, wir gehen mal eben die Köder durch. Was ich jetzt gerade dran habe. Erste Route, Maiskorn. Maiskorn, Klassiker, übrigens auch für den Moskitosee. Wenn man noch im Low-Level-Bereich unterwegs ist, vielleicht noch gar nicht jetzt hier Level 12, die alte Festung bereisen kann, dann einfach mal auch am Moskitosee mit dem Maiskorn angeln. Gerade so die Ecken, die so ein bisschen verschlonzt sind, so wie hier, also so Grünzeug und Schilf und Gras ist da in der Nähe. Das sind immer genau die richtigen Stellen für Schleien. Dann haben wir hier als zweiten Köder den Käsewürfel drauf. Käsewürfel kann man relativ spät oder etwas später erst herstellen. Man muss dafür zum Kuori fahren und sich dort Käse kaufen. Und da gibt es dann hier diese Käseklumpen und daraus macht man dann eben die Käsewürfel. Ist nicht so ganz günstig und wie gesagt, man kann es eben auch erst ab Level 16 sich kaufen. Am Kuori, da ist eine extra Molkerei, also ein extra Shop und da gibt es das dann. Zack, Honigteig, Alten. Der nächste gute Köder, allerdings auch dieser Köder, ein schöner Allround-Köder, auch für Amure zum Beispiel, könnte ein bisschen tricky sein. Generell ist das Schleienangeln an der alten Festung oder das Angeln an der alten Festung mit einem zu kleinen Setup immer so ein bisschen tricky. Denn wir haben immer die Möglichkeit, dass hier neben dem Zielfisch, ob es jetzt die Schleie ist, ob es die Brasse ist, da können immer eben auch mal Amure oder eben Schuppenkarpfen reinrasseln und dann heißt es rennen. Gib Gummi, lauf dem Fisch hinterher, der gerade mit deinem Köder abhaut und deine kleine Rute kriegt ihn quasi gar nicht gebremst. Das ist halt immer das große Risiko hier. Also, das waren jetzt schon mal drei wichtige Köder. Maiskorn, auch gerade im Anfängerbereich super, aber eben auch hier an der Festung. Dann natürlich Käsewürfel und Honigteig. Es gehen natürlich auch noch ganz viele andere Köder. Es gehen zum Beispiel auch Premium-Köder. Gehen wir mal kurz in die Naturköder rein. Blutegel hat auch schon funktioniert. Mistwurm funktioniert auch immer mal wieder, genauso wie Tauwurm. Also auch das sind Köder im fleischigen Bereich, die immer mal gerne funktionieren. Made funktioniert auch zwischendurch immer mal wieder. Und dann gucken wir noch mal bei den Teigen. Wie gesagt, das ist eigentlich so das wichtigste. Quarkteig, auch absolut empfehlenswert. Aber auch das, das gleiche Ding, Quarkteig eben aus der Molkerei vom Kuori ab Level 16. Das sind so die wichtigsten. Süßteig könnte man auch manchmal probieren, aber ist noch nicht so ganz, ist nicht so ganz ideal. Genau. Und hier bei den Insekten eher weniger. Ja. Dann wären dann nur noch die Boilies. Tigernuss, auch das kann man mal probieren. Ist auch gar nicht verkehrt. Funktioniert ja auch ab und zu mal. Und dann kommt man natürlich schon hier in Richtung der Boilies oder der, der, ja, Karpfenmontagen sozusagen. Auch damit kann man es natürlich probieren auf Schleie zu gehen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch da zählt es dann quasi ähnlich wie bei den Naturködern. Das heißt, sowas wie Creme Brulee, was Sahniges, was Süßliches, aber auch mal Banane beziehungsweise Erdbeeraromen, das geht mit rein. Dann gehen die ganzen natürlich auch dieses fischige, Krebsschwanz, solche Aromen, dieses fischige oder eben Honigaromen. Also es gibt ganz viele Aromen, die halt von den Naturaromen abgeleitet sind in die Boilies. Die kann man dann natürlich auch direkt wieder für Schleie versuchen oder testen. Verrennt euch allerdings nicht. Ihr seht, es ist, auch das hier ist nur ein Teil der ganzen Köder. Verrennt euch nicht in diese ganzen Köder. Es gibt so wahnsinnig viele. Und, ja, dann gibt es auch noch Pellets und aufschwimmende Boilies und sinkende Boilies. Anfänglich würde ich, wenn ihr mit diesen Karpfenmontagen rumhandieren wollt und mit Pop-Up vielleicht rumprobieren wollt, einfach mit dem Pop-Up Mais rumprobieren. Super easy. Einfach nur die verschiedenen Aromen nehmen, dazu einen Dip und dann testen. Einfach deswegen, weil es ein kleiner Partikel ist. Ihr könnt schnell testen. Ihr habt sehr schnell Reaktionen der Fische, weil es eben so ein kleiner Partikel ist. Habt ihr eigentlich eine recht hohe Bissrate dann auch da drauf. Und, ja, ihr habt einfach schnell das Ergebnis. Sowas wie Kokossahne oder Sahne auch wieder. Das sind einfach diese Aromen, die immer wieder ganz gut, hier Krabbe sehe ich gerade, die immer wieder ganz gut funktionieren, eben auch für die Schleier. So, jetzt machen wir erstmal, ich glaube, sämtliche Schleinköder durch. Wenn dir noch eine einfällt, gerne mit unten drunter schreiben, was so dein persönlicher Knutschmund Schleinköder ist. Ein Kilo. Schönes Ding. Mitgenommen, das war jetzt auf dem Honigteig. Habe ich hier einen Clip. Ich habe hier gerade keinen Clip. Also für alle diejenigen, die jetzt Clip versessen sind, ich habe auch noch keine Futtermische. Kein Clip, keine Futtermische. Ich stehe jetzt hier gerade blank, denn ich teste ja erstmal den Spot so, wie er ist. Spots sind da. Spots haben verschiedene Fische immer quasi vorrätig. Die Frage ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit dem besagten Köder einen Fisch quasi rauskriegt. Und das muss man eben wettermäßig gucken, das ist temperaturmäßig. Lust und Laune der Fische gerade ist es natürlich dann auch immer da. Und wir können quasi mit der Futtermische nur diese Beißlaune oder die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir den gezielten Fisch so ein bisschen mehr triggern in eine Richtung. Und wie gesagt, ich könnte gleich noch mal Schleinfuttermische reinwerfen und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht dadurch dann, durch die Schleinfuttermische, die Karpfen eher vertreiben, die jetzt hier auf dem Maiskorn waren und dadurch dann doch die Schlein eher anlocken. Da ist noch was dran. Zack, auch wieder auf dem Honigteig und die nächste Schleie. Sehr schön. Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier im Moment für den Honigteig. Gucken wir mal eben rein. Honigteig war nicht so ganz easy, war schon ein bisschen weiter fortgeschritten, genau. Also kein Köder, den man mal eben easy peasy macht, sondern wahrscheinlich mit Level 20 plus erst erreichen kann, wenn man da schon einiges erledigt hat. Also, wenn man, opala, was ist denn hier los? Ei, ei, ei. Auf dem Käsewürfel. Ich hoffe nicht ein Amur. Nee, ne? Hahaha. Alter, fettest Trophy Rotauge erhalten. Kannst du dir auch nicht ausdenken, ey. Trophy Rotaugen auf Käse, auch ein Klassiker übrigens, immer wieder an der Sura. Da wird immer viel mit Käse auf Rotaugen geangelt. und hier auf Mais die nächste kleine Schleie. Apropos Schleie und klein und groß, wie sieht denn das Set aus für eine Schleie? Wir gucken mal eben rein. Das ist gerade mein Set für die Schleie. Ich verwende selbstverständlich, weil ich es ja hab und kann, eine übertrieben gute Route. Wenn man hier mit einer normalen Basisfiederroute steht, geht das natürlich auch, man fängt natürlich auch die Fische. Denkt immer dran, ihr könnt im Low-Level-Bereich, nicht, wahrscheinlich nicht so viel und nicht in so einer Frequenz oder vielleicht auch Größe fangen wie ein, was bin ich jetzt hier, 41, genau, Level 41er, ähm, schon alle Skill oder alle Talente auf 100% hier drin und so weiter und so weiter. Also das, das ist ganz normal, ihr fangt nicht ganz so viel. Ähm, ihr könnt allerdings, wie gesagt, wenn ihr das ungefähr nachmacht oder nachbaut, die Sets, ihr könnt halt in eurem Bereich, je nachdem, wie hoch ihr halt schon geskillt seid, eben ansatzweise so viel fangen. Ähm, aber wie gesagt, ganz so viel werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht fangen. Vom Set her, insgesamt, von der Stärke bin ich relativ klein unterwegs. Ähm, Set vernünftig aufgebaut wieder, natürlich, wir haben hier eine Tragfähigkeit in dem Fall jetzt von 14 Kilo, die Schnur ist da drunter, ähm, mit 12 Komma noch was, das Vorfach ist nochmal deutlich da drunter, wir wollen ja hier keine Elefanten rausziehen, die kleine Schleie, ähm, hat ein super Trophy-Gewicht von 6 Kilo, das heißt, ein 4, äh, ein 6,8er Vorfach reicht da gänzlich aus, Viererhaken kann man gut nehmen, man kann aber auch einen Einserhaken gut verwenden, aber ich sag mal, so ein Viererhaken mit einer etwas höheren Frequenz ist doch schon ganz interessant. Und da ist direkt die nächste Schleie. Alter, ich glaube, auf dem Honigteig mache ich gleich mal, da mache ich gleich mal einen Einserhaken drauf, ey, vielleicht geht ja noch eine schöne Schleintrophy hier rein. So, ich habe, wie gesagt, bisher noch nicht eine Futter-Mische drin, wir scrollen mal nach ganz unten, stellen uns mal eben, nehmen wir hier die Schlein-Futter-Mische und werfen die hier raus, jetzt müssten wir natürlich gleich so langsam klippen oder wir werfen einfach die Mische dahin, wo wir selber die Köder hinwerfen, also so knapp hier an diese Kante, ihr seht, wo die Köder oder die Mische einschlägt. So, zehn Stück, wie immer, nach zehn Futter-Mischen ist der Spot komplett aktiv, wir wollen ja auch nicht überfüttern, wenn ihr euch unsicher seid mit der Futter-Mische, ihr seht, die Dauer ist hier 17 Stunden, Qualität 9 von 10, warum Qualität 9 von 10, weil natürlich oder selbstverständlich in der Angelfutter-Zubereitung fünf Skill-Punkte drin sind. Reinballern, so früh es geht, ihr habt anfangs viele Skill-Punkte übrig, verballert das nicht für irgendeinen Blödsinn, ballert das in die Basics rein, also Futter-Mische, Kühler-Beschaffung, hier vielleicht auf dem Regenwurm kann man schon mal ein paar Punkte reinmachen, ansonsten sind halt die Basics erstmal nur stationär, Rolle, wenn ihr beim Grundangeln seid, habt ihr hier erstmal lange Zeit, da muss man überall nichts rein skillen, dann kann man irgendwann mal auf die Haar-Montage gehen, das hier könnt ihr vergessen, Karpfen-Montage, Pop-Up, Schlaufen-Montage, das sind so die wichtigsten Basics, aber auch dazu gibt es schon auf dem Kanal verschiedene Tutorial-Videos, da einfach mal reinschauen, ich ziehe jetzt noch hier ein paar schöne Schleien raus, Algen, das sieht gerade wirklich ganz gut aus, auch natürlich mit dem netten Beifang der Trophäen und es zuppelt wieder los und da ist einer dran, ne, noch nicht, doch jetzt, alter, jetzt ist er dran, komm ran hier, und da ist bestimmt der Amur, ne, Tatsache, der Amur, der gefürchtete, auf dem Käse, gefährlich, gefährlich, der Kandidat, der kann einem richtig, alter, um den See jagen und hier ein Schubi, gerade war es schon ein Schubi, ne, ne schöne Schleie jetzt, auf Mais, siehste, haben wir doch vielleicht wirklich den Schubi vertrieben durch die Futtermische und auf Mais jetzt ballern dann doch die Schleien rein, wenn wir jetzt in der Nacht gleich angekommen sind, es ist langsam, wird es dunkel, wir können hier einfach so stehen bleiben, wie wir sind, was würde ich jetzt ändern, ich würde den Honigteig gleich rausnehmen und dann nehmen wir vom Honigteig, gehen wir dann weg auf den Tauwurm, schmeißen hier den Tauwurm mit rein, auch das ist durchaus möglich für die Schleie, wir können den Käsewürfel dran lassen, denn auch da ballert mal ein Aal drauf und wir nehmen hier den Mais weg und ballern auf Mais den Mistwurm, so, so sieht dann das Nachtset aus, das heißt, wir haben jetzt in der Nacht immer noch die Chance auf verschiedene andere Fische, wir lassen den Fischfetzen weg, weil das ist sehr streng eigentlich nur für zwei Fische, Schläfergrundel oder Aal, wollen wir nicht, vielleicht noch Quappe und Wels, aber die sind doch äußerst selten und dann haben wir hier, guck mal hier, auf dem Mistwurm sofort instant wieder Biss, dann haben wir hier kontinuierlich noch eine hohe Frequenz, auch die Nacht durch, wir ziehen die ganze Zeit Fische raus, wir machen XP, wir machen Silber, wir machen Prozente im Grundangeln und wir kommen halt vorwärts und stehen hier nicht eine halbe Stunde, bohren in der Nase und fangen kein Aal. Zack, da geht auch noch was rein hier auf den Käse und guck's dir an, Alter, wie angekündigt, der erste kleine Aal auf dem Käse, es ist einfach zu wild. Ist das nicht der Hammer? So soll das sein und so soll das Set aussehen. Viel rausziehen, wir wollen alles mitnehmen und so angeln ich hier auch die Nacht jetzt durch. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, einen Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren für mich und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr.